Vor mir der Daniel Juric. Sag uns kurz, bei welchem Klub du schon gespielt hast und was du als Fußballer mit der Mannschaft erreichen willst. Also ich habe bei Waibling gespielt, dann bin ich zu Kickers und ja jetzt halt beim VfB. Mit der Mannschaft will ich oben in der Oberliga mitspielen, also eigentlich auch gewinnen. Und meine persönlichen Ziele sind halt, so lange wie möglich beim VfB zu bleiben und mich weiterzuentwickeln.